hallo und herzlich willkommen zu meinem freund hier zu pokémon reborn auf der suche nach dem weg ich hab keine ahnung was ich machen zu nein das will ich auch nicht machen hier runter die ganzen dinge leuchten nicht mehr die frage ist wo kann ich denn noch lang lockt nebel und der her dieser bauer neue hier ja 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 gibt mir irgendwelche items strange noise are coming from the warehouse it's locked es wird hier niemand niemand kein mensch es haben vom things bang in the walls inside es lockt ja schön trotzdem will keiner mir sagen was was abgeht keiner keiner möchte mir ja pokémon center it's pokémon center da kann ich noch es lockt alles es läuft es lockt es lockt alle dann verschwinde ich ja auch wenn ihr nix ist gotta 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 wohin des weges ok pokémon pokémon ja ich könnte fastball heavyball laufball heavyball für schwere bälle fastball für ganz schnelle 5 5 heavy auch 5 timer moon brauche ich nicht danke gut luck ok ich kenne mich auch noch was willkommen wow hello we give it works to just hold interested was hello that's dashing no but you have there but was to say a little touch up is so little work we can you make no but shine hausend fünfhundert ok oh here is your no but cute this can be no but looks to light central ante ist jetzt ein shiny oder was dein ernst ach so ne eigentlich nicht das war eigentlich nur eine farge einfach nur geld abzucke jetzt hab ich gedacht es kriegt ein shiny daraus was oh go ahead go ahead take wulpix ah wulpix kann ich dich nehmen yeah come back jetzt hab ich wulpix gekriegt schön jetzt hat ihn vorher pokémon aber ich brauche ein feuerstein das bringt es mir nix das das ist hier hinten eigentlich gewesen nichts nichts besonderes wulpix 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 muss ich aber wulpix wieder trainieren oh das ist wieder so ne sache smog on so dann haben wir da ab auch nichts mehr ich muss ja irgendwas tun irgendwas besonderes ja es steht ja wieder hier weil gesagt wir haben zugefunden was battle was ok jona möchte betteln ein schick ein schick schick bäm rrrr a critical hit a bit spin bis zack oh ich hab gedacht vielleicht vielleicht oh protect du bist ein schick sicher verwirrt noch nicht so tschüss erfahrungspunkte und mein schick level 34 ist auch nicht du weißt du hat schlägst schillock kollege aber er will keinen schillock haben er hat da skull bash ouch biss schick jetzt stirbt noch neubatt gut oh neubatt du bist du nix zu gebrauchen du bist einfach so schlecht klink los go it go it go for it ouch charge beam tschüss 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 nur mein schick boah level 83 what the fuck what the fuck charge beam charge beam special attack rose iron defense okay mir egal charge beam tschüss special attack rose und aqua tail oh das kann ich hauen oh ich lebe noch yeah tschüss shiggy und special attack rose zack erfahrungspunkte und letzte nochmal ein schick 42 raindance kur buuuu wuuu wuuuup jetzt joke nochmal komm oh oh nein hydropumpe was bist du oh gott willst du mich verarschen trommisch emulga ist als letztes sonst wird es ja echt assig bam 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 acid spray acid spray ouch er macht wieder gut attack gut attack gut attack schick schick schlammert zack oh dein ernst was er heilt sich wieder schlammert und schick down yeah tja team und an ninja scrottles dina schminus munca scrottles scrottles mann die haben sie einfach umgebracht einfach so man wollte ja aber kämpfen warum hab dir gar nichts getan okay erfahrt es ist kurz vor genauer ist dann ist das okay auch nix get it open okay okay mit dem kann ich nicht reden ventures out to the city ist eine change of pace okay ihr wollt nichts kämpfen okay dann gehe ich wieder habe halt einen kampf gehabt wieso nicht ja auch mal sein aber hier habe ich nichts mehr hallo Petra what wo muss ich ans nächsten hin in a haben wir ha gute frage nächste frage Leute 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 von heute also ich muss ja dann eigentlich wo in der stadt was tun da muss ich mit team aqua und team magma eigentlich geredet habe weil hier was soll denn hier sein ist nix keiner mag es superstation wieder zurück na auch nicht aber jetzt ist schon fast alles durchguckt 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 da da ist blut da da ist blut mhm 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 also sagt mir auch keiner ey geht da hin geht da hin geht da hin sagt mir keiner du du sing du du sing in den nachtclub komme ich da nicht rein das ist der attackenverlerner da oh nein nein der attackenverlerner und der namensbewerter Was ist bei dir? Schenkst du mir ein Fahrrad? Nein. Leider nicht so viel Kohle, mein Freund. So, da kommen wir auch noch. Ich gucke jetzt überall durch. Ist mir egal. Ah, was ist hier? Halt. Aqua Scrum. My talents shall stop you. Okay, ich habe das Haus gewonnen. Magma Gang Darm. Darum Aco. Ist ja noch kein Kampf. Ist ja leider noch erst Feuer und hat riesen Angriff. Das ist halt Neubart. Hält nix mehr aus. Das ist echt übel. Das ist echt scheiße. Echt scheiße. Mann. So, dann darfst du Trubbish. Trubbishs. So, Schlammbart. Deine Ernst hat mit einem KP überlebt und es kommt auch noch durch. Angriff und Special Attack Roast und so. Es ist Bray. Und tschüss. Yeah. Erfahrungspunkte. Hundur. Ach komm. Hunduster. Mir egal. Ich mache ihm der Marge. Speed up. Einmal. Und eine Potion. Und nochmal. Schlammbart. Und tschüss Hunduster. Zack. Erfahrungspunkte. Nochmal so einer. Guck mal. Zack. Define. Define. Rock up. Hör auf. Hör auf damit. Ich habe dir nichts getan. Ja? Tschüss. Hahaha. Und dein letztes Pokémon. Ah, das war schon dein letztes. Ich komme gleich wieder. Ich muss kurz heilen. Komm gleich wieder. Das Pokémon Center ist ja gerade drüber. Ja. Mein Neubart muss auch noch ein bisschen. Oh, wenn es erstmal ein Ui Hafen ist und mal gescheite Attacken hat, dann wird es mal vielleicht ein bisschen stärker. Was sagt man hier? Hulligan, es hat mich aus der Weg. Somebody, please help. Oh nein. Alter, was ist hier los? Don't move a Muscle. Don't move a Muscle. Don't move a Muscle. Hier geht's voll ab. Gang Brick. Mit Hunduster. Mal wieder. Feuer, 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 Feuerzahn. Au. Ist nicht mehr sehr effektiv und trotzdem, weißt du? Was ich an Damage mache? Gar nichts. Gar nichts. Voll gemein. Und dann treffe ich ihn nicht. Weißt du, dann könnte ich ihn kaputt machen und dann trefft er nicht. Also ich glaube, Neubart fliegt raus, weil so unnötig dieses Pokémon. So unnötig. Wieso? Oh, habe ich jetzt Toxic Spiking gemacht? Wieso? Ich weiß es nicht. Egal. Hunduster ist erstmal weg. Was ist das? Ah. Leufeo. Hört bei der Potion. Ja. Schlambart. Tag down. Triffst du nicht. Hört bei der Potion. Tschüss Leufeo. Mach's gut. Und level up. Ich lerne Toxin. Die Frage ist, ist Toxin jetzt besser? Oder bleibe ich bei den Giftspritzen? Ja, das ist halt die Frage. Ah, ich mach die Giftspritzen weg. Über Toxin. Erst Poison. Poison. Ach, einfach drauf. Ich mach zwar nicht viel Damage, aber... Aua. Hört bei der Potion. Ich tausche. Ist okay. Komm, Toto kriegt sein. Sein comeback. Hier. Ja, guck mal, kriegst du Tox, Tox, Tox. Hört bei der Potion. Water, Bulls. Und ad mit E. Yeah. Tja. Making your Pokémon moves Muskelformer. Very clever. Yeah, Trubbish is evolving. Yeah, endlich. Das nächste Pokémon. Wo ist ich denn? Drinke. Tip, tip, tip. Unser kleiner Müllhaufen wird zum Riesenmüllhaufen. Yeah. Tchip, tchip, tchip. Zack. Dieser Ruf. Gabador. Gabador. Hört sich an wie Kaperlo. Ah, ich kann mir jetzt hier was nehmen, aber ich muss mich erstmal heilen, sorry. Sorry, Freunde. Ich muss, ich muss aber. Ding ist, echt Neubart. Ich möchte mal wissen, wie gut ist. Ähm, Ding ist es. Willpix. Willpix? Was ist das denn? Ihr habt es gar nicht gekriegt. Waaas? Willpix ist abgehauen. Willpix ist einfach abgehauen. Okay. Kein Willpix. Dann halt nicht. Brauchen wir nicht. Pff. Blödes Willpix. Mann. So, was passiert jetzt nun? Aber da kann ich gar nicht lang. Also muss ich hier. Licking easy. Size Pokémon for the Magma Dues. Take Mr. Krabber das Pokémon. Yes. Obtämponita. Wo do I have to make? Nein. Wasserstein. Ey. Tschüss. Ich verschwinde. Ich komm nie wieder. Und nun? Seht ihr alle weg? Nö. Und jetzt soll ich ins Aqua-Versteck wieder wahrscheinlich. Go on, bro. We've got to help him. Hä? Wohin? Wieder oben ins Haus? Was ist mit dem? Wo bestand, glaub ich, jemand? Ah, ne. Okay. Ich hab keine Ahnung. Pff. Haha. Ich hab die Sachen geklaut. Und nun? Jetzt für immer mehr. Aber das eine war ein Porrenta, oder? Das war kein Ponita, sondern ein Porrenta. Nur auf Englisch heißt es doch irgendwie so. Komisch. Zu komisch heißt es. Ich hab's doch. Können wir gehen? No, you get it? You guys, pick up a new member. And it will be it. Aqua-Gang, our update is completed. Let's retreat at once. The city police force will most likely be arriving shortly. Let us quickly be swiftly. Easy, we'll meet you. Back at the base. Extend the job. Okay. Ja. Sicher noch jemand kämpfen. Als sie mich jetzt hier gehen lassen würden. Okay. Gut. Das werden wir aber im nächsten Part tun. Und schauen, was wir danach machen können. Dann lass einen Daumen, Kommentar, und bis zum nächsten Part. Ciao. 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 Ciao.